Diese beiden Zwillinge werden ein sehr unterschiedliches Leben führen. Die eine hat einen millionenschweren Vater und die andere eine Mutter, die von der Hand in den Mund lebt. Der Vater hat sein Baby in seine schicke Villa gebracht. Mein Goldbaby braucht ein passendes Deckchen. Raffe etwas Stoff zusammen. Schlipp, jetzt wickelst du das Baby ein. Oh, so schick. Füge eine Rose hinzu. Und eine Krone. Jetzt ist dem Baby warm und gemütlich. Meine kleine Prinzessin sieht endlich richtig gut aus. Magst du deine Rasse? Du bist mein kleiner Schatz. Dein Leben wird so wunderbar sein. Irgendwo weit weg betrachtet eine Mutter das gleiche Amulett an einem anderen Baby. Das kleine Mädchen ist gewachsen. Jetzt spielt sie mit ihrem Lieblingsspielzeug. Meine Tochter braucht einen besseren Platz zum Spielen. Danny, such mir ein paar Bauarbeiter, die ihr ein Haus bauen. Ja, Sir. Markiere die Teile auf dicker Pappe. Bedecke jedes Teil mit weicher Watte. Und wickle es in Stopp ein. So viele Farben. Entscheiden wir uns für rosa. Wir brauchen Schaumpapier, um ein Dach zu machen. Verwandle Tüll in Vorhänge. Und hänge süße Sterne an die Wand. Diese Sternenstränge sehen wie ein schöner Baldachin aus. Es macht ihr Spaß, hier drin zu spielen. Ich bin so froh zu sehen, wie glücklich sie ist. Ich glaube, du hast deine Freunde vergessen. Lass uns zusammen spielen. Wir brauchen deine Kiste. Baue sie auseinander. Zeichne Fenster auf. Dann fangen wir an, Möbel hineinzustellen. Bedecke die Befestigungen mit Schnur. Was für ein süßes kleines Puppenhaus. Dieses Mädchen ist nicht reich, aber sie ist sehr klug. Mein talentiertes Mädchen wird ein tolles Leben haben. Penny fertigt bereits ihre eigenen Baupläne an. Aber woraus kann sie ein Puppenhaus bauen? Ihre Mutter brachte ihr einige Materialien mit. Schon bald baute Penny ein wunderschönes Puppenhaus für sich selbst. Oh wow, du bist so toll, Süße. Sie werden so schnell erwachsen. Steck ein paar Teile in eine Tasse. Voila, das Shirt ist fertig. Schneide jetzt Teile für ein Kleid aus gepunktetem Stoff zu. Einfach nähen. Und fertig. Jetzt noch Knöpfe anbringen. Mache aus Modelliermasse alte Schuhe. Sie löst komplizierte Matheaufgaben, seit sie klein ist. Sie hat gerade eine Idee für ein neues Geschäft bekommen. Sie war so in die Arbeit vertieft, dass sie am Schreibtisch eingeschlafen ist. Hey. Ach, du schläfst. Mama, ich hatte eine tolle Idee. Du bist so klug, Penny. Ich weiß, du wirst alles erreichen, wovon du träumst. Ich will ein neues Outfit. Hallo. Hier ist ein Unterrock aus Tüll. Dazu ein Korsett. Sie trägt weiße Strümpfe und rosa Schuhe. Warum ist es nicht golden? Oh, das sollten wir ändern. So ist es schon besser. Ich kann mir die Haare selbst machen. Du siehst aus wie eine Million Dollar. Rose hat heute schlechte Laune. Süße, ich wette, du wirst diesen privaten Hubschrauber lieben. Damit kannst du überall hinfliegen. Das ist doch lahm. Schau, ein Ticket für das Sommercamp. Willst du mitkommen? Das ist der Hammer. Sie hat sogar ein Familienfoto mitgebracht. Rose geht auf ein Abenteuer. Melde dich für unser Sommercamp an. Das ist meine Chance. Aber die Tickets sind zu teuer. Vielleicht sollte ich jetzt mein Geschäft eröffnen. Bastle einen Zaun aus Café-Rührstäbchen. Lege ein Stück Pappe obendrauf. Limonade Verwandle Papierfähnchen an einer Schnur in eine dekorative Gelande. Die frischeste Limo in der Stadt. Penny packt ihren Limonadenwagen auf dem Markt. Sie hat eine Menge Kunden. Eine reiche Familie kommt vorbei. Süße, willst du ein Eis? Nein, ich will Limonade. Ich nehme alles. Wow, das war ein toller Verkauf. Sie sind mit all den Zitronen weggefahren. Jetzt kann ich mir ein Ticket leisten. Kann ich eins haben, bitte? Baue ein Etagenbett. Befestige den Sockel mit Holzstäben. Bumm. Baue Etagen. Mach Matratzen. Mach Matratzen. Die sehen so weich aus. Eine Holzleiter, um auf die zweite Ebene zu gelangen. Pennys Traum wurde wahr. Sie kam ins Sommerlager. Willkommen. Ich bin deine Lagerbetreuerin. Penny, das ist dein Zimmer. Uh. Es ist so groß und schön. Es gibt's doch nicht ein Etagenbett. Ich nehme das obere. Oh, ich bin so glücklich. Als nächstes taucht Rose in ihrem goldenen Auto auf. Komm mit mir mit. Während Penny sich die Zähne putzt, bringt die Betreuerin Rose in ihr Zimmer. Hier, bitte sehr. Oh, ich mag dieses Bett. Ich will die obere Koje. Oh nein, die ist schon besetzt. Ach, dann muss ich wohl die untere nehmen. Vielleicht will meine Mitbewohnerin tauschen. Mache aus Modelliermasse eine Zahnbürste. Füge ein paar Borsten hinzu. Stelle Tuben mit Zahnpasta her. Eine für jedes Mädchen. Wir brauchen eine Kulturtasche. Die von Rose ist lila und gold. Die von Penny hat einen Knopf. Die Mädchen machen sich bettfertig. Jeder hat ihre eigene Tasche. Als plötzlich... Bäm! Der Spiegel ist lebendig. Bist du mein Spiegelbild? Warte, wir sehen genau gleich aus. Und wir haben denselben Anhänger. Das ist so seltsam. Was, wenn wir Zwillinge sind? Du siehst gerade deine Lieblingskochsendung. Unser heutiger Gast ist Lali Lu. Holt eure Schürzen. Wir machen Nudeln. Lasst uns den Teig machen. Lali Lu, hilf uns die Eier aufzuschlagen. Unser Teig ist fertig. Roll ihn aus. Perfekte selbstgemachte Nudeln. Lali Lu stellt einen Topf mit Wasser auf den Herd. Fünf Minuten später haben wir fertige Pasta Pomodoro. Füge ein wenig Basilikum hinzu. Danke fürs Zuschauen. Ciao! Die Mädchen rannten in die Küche. Die Camper brauchen ihr Mittagessen. Lass es uns zu ihnen bringen. Mh, yummy! Hol die Teller. Ich serviere. Alle sind hungrig. Ups, tut mir leid, das war aus Versehen. Aha. Ich hab's auch vermasselt. Los geht's! Yeehy! Halt! Was macht ihr denn da? Ich rufe eure Eltern an. Ups, jetzt kriegen wir Ärger. Schneide aus dicker Pappe einen Rahmen aus. Male ihnen Gold und Silber an. Dekoriere die Hälfte mit Strasssteinen und Perlen. Füge auf der zweiten Hälfte Zweige und Knöpfe hinzu. Sie passen zusammen. Die Mädchen arbeiten an einem Plan, um ihre kaputte Familie zu heilen. Lass uns einen schönen Rahmen basteln und unsere Bilder dort hineintun. Oh, tolle Idee! Jetzt werden unsere Eltern bestimmt nicht mehr sauer auf uns sein. Ich will Zweige bekommen. Meine wird glitzern. Los geht's! Das ist wunderschön geworden. Es ist, als wären wir eine Familie. Ich bin froh, dass du hier bist. Deine Tochter ist einfach... Oh, was ist das? Es sieht aus, als hätten sie gerade ein Meisterwerk geschaffen. Schau, wir sind identisch. Lasst uns für immer zusammenbleiben.